so leute herzlich willkommen zu einer neuen folge von eurotrack simulator 2 immer auf die letzte seite den machen wir jetzt hier von rotterdam nach amsterdam einfach mal nicht immer das erste nehmen einfach mal was anderes was haben wir überhaupt so was haben wir noch gar nicht gehabt ja schick schick das ist das grüne gitter okay und sogar festgemacht schade aber heute fahren wir mal vernünftig nicht so wie letztes mal es war einmalig außer ihr wollt mal sehen wie es richtig was passiert wenn es richtig kaputt ist hier alles dann mache ich das gerne nochmal oh 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 grün haben wir einen grün dürfen fahren ja bei der rallye hatten wir auch 90 in der ortschaft hat Navi so gesagt. Was das Navi sagt, ist dann auch so. Wir müssen auch gleich wieder ab hier. Eine kurze Strecke. Autobahn. Mein lieber Mann. Autobahn Ende. Klasse. Wie viele Kilometer haben wir denn noch 80? Das ist aber eine sehr kurze Strecke. Eine wirklich sehr sehr kurze Strecke. Und jetzt gleich schon da. Ohnheizluftballon. 99 Luftballons. Fliegen hoch zum Horizont. Ey. Dass ich jetzt ein bisschen zu schnell war. Das war wegen dem Gefälle eben. War keine Absicht. Jetzt zum Beispiel sind wir auch viel langsamer. Oh, ein Flugzeug. Hier waren wir schon mal. Denke ich doch. Buchzeug und so. Kommt mir bekannt vor. Da ist ein ganzer Airport. Oh. Oh. Warte mal. Ist besser. Gut. Hier drauf bleiben. Ey. Ich schaff' glaube ich gar nicht schneller als 72 momentan. Ah, okay. als es bergauf ging. Jetzt kein Gas. Da vorne ist sogar schon unser Ziel. Es ging jetzt mal echt mega schnell jetzt. Also werde ich wohl nicht nochmal machen. Kriegen wir denn für die kleinen Fahrten genauso viel EP wie bei den großen Fahrten? Wenn ja, dann müsste ich ja. Weil ich will ja schnell Level 16 werden. Moment. Jetzt darf ich rüber. Oh komm. So schnell war ich nicht. So schnell war ich wirklich nicht. 50 war erlaubt. Ich glaube ich hatte 52 oder so auf dem Tacho. Oh. Oh. Erste Aufnahme hatten wir in Amsterdam. Waren wir hier noch gar nicht? Jetzt glaube ich. Das war nicht so viel Unsinn. Endlich wollte ich das nicht. Jetzt? Ne. Das haben wir es werden. Gut. 90 EP. Holen wir uns. Kann ich... Nö, machen wir anders. Machen wir so. 2 Uhr. 3 Uhr. 5 Uhr. Kaumauto. 5 Uhr. 10 Uhr. 4 Uhr. 20 Uhr. 9 Uhr. 10 Uhr. Stört das Navi, ne? Aber müsste ungefähr... Ungefähr, bis das hinhauen. Oder? Oh, nee, doch nicht. Egal, das kriegen wir trotzdem hin. Doch, eigentlich ist das doch hinhauen. Hm. Hm. Ne, ist mir noch nicht gerade genug So kann ich stehen bleiben, perfekt Mal sehen wie die IP Zahlen hier sind Ne, viel weniger Ok Dann lassen wir es Beim nächsten mal machen wir wieder den normalen großen Pfarranlag Schade Ok Leute, dann war es das wieder von mir Wir sehen uns in der nächsten Folge Abonniert mich, lasst ein Like da Auf Wiedersehen, euer Antti